Wir nähern uns jetzt mit Riesenschritten schon dem Ende dieser Veranstaltung, aber auch einem ganz besonderen Highlight. Jonas Scheiner steht schon in den Startlöchern. Vielleicht magst du uns noch mit ein, zwei Sätzen darauf einstellen, was wir jetzt gleich erwarten dürfen. Ja, ich bin tatsächlich selber gespannt, was jetzt kommt. Also Jonas war jetzt wirklich die beiden Tage dabei. Er hat mir vorher schon verraten, er hat es geschafft, dass er sich am Vormittag alle Sessions angeschaut hat. Er hat wirklich alle 24 Sessions gesehen, hat das Ganze in einem Text zusammengefasst. Meine Kollegin hat mir vorher gerade geschrieben, es wird in Reimform sein. Also das ist genau die Poesie, die wir möchten quasi. Aber ich finde es einfach nur mal einen schönen, andererseits schönen Kontrast ein bisschen zur Tagung und zum Konzept. Wir haben das heute eh schon besprochen und insgesamt einfach einen coolen Abschluss und eine Zusammenfassung. Du bist sicher genauso gespannt wie ich, wie Sie alle auch und damit würde ich sagen, the stage is yours. Er ist Schriftsteller, Poetry Slammer, Moderator und Kulturmanager in Wien. Ich bin ein Künstler, ein Poet und ich freue mich jetzt auf dieses ganz besondere Highlight und damit gebe ich das Wort an dich, Jonas Scheiner. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin genauso gespannt wie ihr beiden. Ich habe den Text nämlich selbst noch nicht gelesen. Ich komme gerade frisch aus dem Druckraum und bin während der letzten Sätze der Podiumsdiskussion fertig geworden und freue mich sehr auf ein kleines Resümee von mir oder einen Versuch davon. Im Vorgespräch hatte ich zu Francesca eigentlich gesagt, Francesca, bei diesem Programm, bei so einem mannigfaltigen Angebot kann ich nicht überall reinschauen. Ich werde mir ein paar schöne Highlights raussuchen. Und als ich es mir dann genau angeschaut habe, habe ich gemerkt, das sind alles Highlights auf ihre Arten und Weisen. Und ich tat mich einfach schwer bei der Entscheidung zu sagen, das lasse ich aus. Und deswegen habe ich tatsächlich in alle 24 Sessions reingeschaut und versucht, von allen Elementen ein paar Impressionen und Eindrücke mitzunehmen. Habe das alles durch meine, wie am Morgen schon erzählt, kreative Nähmaschine gejagt. Und das Folgende ist dabei rausgekommen. Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Chance, da dabei gewesen zu sein und das Ganze zu verdichten. Und ja, freue mich jetzt den Abschluss davon machen zu dürfen. Zwei Tage lang versuchtet ihr euch mit Impulsen, Diskussionen, Expert Sessions, Tools und Experiences, Best Practices und Vorträgen einen Reim zu machen auf den demografischen Wandel. Und schaut man sich einen Reim genauer an, stellt man fest, er hat vier Bausteine. Anzahl der Silben, Stellung im Vers, Struktur seines Klangs und Folge der Strophe. Vier Bausteine, vier Bühnen, vier Oberthemen. Zufall? Ich glaube nein. Doch nehmen wir es in Augenschein. Zu Anfang ein Disclaimer, er macht mich leicht verlegen, da ich weiß, in Österreich darfst du das echt nicht machen. Doch bei so viel Kompetenz habe ich des Rhythmus wegen eure Titel einfach weggelassen. Schon der Prolog Tag 1 wusste zu begeistern und besprach Themen, die es gilt zu meistern. Bibiana Klinkseisen gab uns eine Ahnung und beschrieb den ESF mit all ihrer Erfahrung. Der ESF, schon über 60, gut gealtert für den Boomer, hat seit jeher schon einen vielseitigen Zugang. Denn er beleuchtet die Arbeitswelt ganz logisch, sozioökonomisch. Das bedeutet Bildung und lebenslanges Lernen, Armutsbekämpfung und Gleichstellung der Geschlechter sowie aktives und gesundes Altern. Wie er das zusammenkommt, sollten wir schon bald hören. Denn die Demografieberatung als größtes ESF-Projekt packt ordentlich und kurbelt an in 1800 Betrieben in ganz Österreich und vielleicht auch bald im Burgenland. So dann ging es weiter zur Digitalisierung. Uli Maier beeindruckte mit seiner Differenzierung von Innovationen und er hält nichts von Klischees. Denn mit der Zeit ändert sich auch immer die Idee von Arbeit, Entwicklung und Technologie. Auch Lochkarten sind digital, wenn man es so sieht. Dank Uli Maier wissen wir, dass die Sorge, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg, in Wahrheit halb so tragisch ist. Denn das vernichtende Bild einer KI entspringt einem bewussten Narrativ. Außerdem ist künstliche Intelligenz stets nur so gescheit wie jener, der sie schreibt. Patriarchale Grüße von Jeff Bezos. Von dem Konflikt zwischen Digitalisierung als Behauptung und interner Praxis sprach Maier dann zuletzt. Denn selbst der Chef von SAP spricht gern von Innovation und verweist dann auf den Teletext. Den Abschluss des Tages machte Valeria Bordone. Und auch ihre Schilderungen waren nicht ohne. Inter-generationelle Konflikte, Betreuung und Beruf. Da drängt sich oft die Frage auf, wie geht das unter einen Hut? Mit Antworten sparte Bordone nicht lange. Die Familienstruktur wird gerade vom Baum zu einer Bohnenstange. Viele Großeltern haben dafür mehr Zeit verbracht mit weniger Enkeln und kaufen an Weihnachten jetzt wenig Geschenke. Den Großeltern spielen bei der Betreuung einen großen Part. Doch fehlt es oft an Unterstützungen vom Staat, was vor allem die Berufschancen von Frauen ändert. Und 2021 fragt man sich auch hier, was machen eigentlich die Männer? Summa summarum braucht es jetzt mal auf die schnelle, lebensnahe, familienpolitische Modelle für Karenz, Service und Rente eine Reform. Dann steht das Leben in Life-Work-Balance endlich vorn. Heute dann tauchten wir in die NetApp Austria ein. Mit der virtuellen Führung als Erfolgsrezept. Da das Geheimnis der Generationenorientierung in der Frage der Nachfolge steckt. Vor allem Jüngere haben es gern digital, doch auch Ältere halten mit. Und mittlerweile sind fürs Homeoffice so ziemlich alle miteinander fit. Und auch Führungskräfte brauchen endlich ein realistisches Verständnis von den Bedürfnissen der Crew. Darum hört man sich heute noch mehr zu. Schon ging es weiter mit Susanne Baldin und einem Ritt durch die Dekaden, da Boomer und Gen XYZ andere Ideale haben. Von Workaholics und Wirtschaftswunder zum Work-Life-Balance-Drahtseilakt. Über Sinnfragen der Digital Natives hin zu Technoholics und den Einzelkampf am Arbeitsplatz. Es gilt in Zukunft, verschiedene Erwartungen und Ängste, Vorurteile und Konflikte geschickt zu mediieren, damit Wertschätzung und Reflexion sich internalisieren. Auch Claudia Reitner besprach den Wandel, das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Es ist zwar ungewohnt für manche, doch big Chancen, solange sich Betriebe der Flexibilität verschreiben. Wer fürchtet, dass die Mitarbeit und das Ergebnis im Homeoffice nur wackelt, schließt vielleicht von sich auf andere. Und wer daheim nur faulinst, hat wahrscheinlich auch im Büro nie so richtig viel gehackelt. Aus Betriebsratsperspektive, Alawishai brachte die Demografieberatung aller Hand. Ja, man wurde plötzlich viel mehr eingebunden und merkte, da ist Interesse füreinander. Die Meetings sind nun praxisnah und sehr belebend. Die Gesprächskultur on fleek und die Motivation im Betrieb erreichte einen neuen Peak. Thomas Kunze erklärte uns, Gaming hat ein großes Potenzial. Natürlich auch im analogen Sinne, doch vor allem digital. Ob Minecraft, Fortnite oder E-Sports, auf YouTube, Twitch oder nur für sich. Gaming fördert Lernprozesse. Selbst ein Shooter ist sein Guter, ist mit hoher Kognition verknifft. Die Bundesforst der AG sieht nach ihrer Beratung Beschäftigung viel mehr noch als Partnerschaft. Sie betreibt heute Mentoring und Weitergabe im Generationenwechsel mit ganz starkem Tatendrang. Die gesunden, jungen Bäume pflanzt man dann am besten, wenn man von den Alten lernen kann. So wird der Kompetenzenkreislauf zum idealen Werdegang. Johannes Braumann führte ein in die Robotik und die Wege, die sie ebnet. Dabei ist wichtig, dass man Potenziale analysiert und neue Technologie mit Offenheit begegnet. Expertentum und Innovation bilden das Match zum Individualisieren. Roboter können uns das Leben leichter machen, doch Gitarre spielen kann nicht mal eine Maschine. Wir drehen uns weiter zu Bettina Lasinger mit 360 Grad. Ein Feedback- und Personalentwicklungstool, das hat jetzt auch AM-Baugeräte stets parat. Kommunikation, Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit und Respekt bilden für die Selbstbeurteilung das Erfolgsrezept. Laura Nägele dozierte kompetent vom Kompetenzenmanagement und hat einen historischen Exkurs geboten von der Ein-Kind-Politik hin zur Kulturrevolution. Sie hat gekonnt das Bild, das man von Betrieben hat verdichtet. Steigt die Lebenserwartungen, sinken Geburten. Weshalb der Stammbaumwald sich lichtet. Auf Bühne 3 gab Susanne Kuntschitsch 100% und Karriere-Tipps für KMUs. Sie betonte vor allem, betriebliche Gleichstellung wirkt richtig gut. Für KMUs sind Standards jedoch nicht so leicht. Darum personalisiert man meist und stehen individuelle Karrieren hoch im Trend. Braucht es Fairness, Investition, Offenheit und Transparenz. Right afterwards, Annette Skopetta, you could not have done it any better, explaining to us the challenge of work. We have to deal with aging, values, inequalities and finding words for future changes at all levels. We need to find a perfect balance between our jobs and our families. Thanks to you, I know now what Active Aging Index means. Die Körpler GmbH beschrieb, dass ein gutes Mentoring nicht nur High Potentials, sondern echtes Talent erkennt. Indem es fördert, vernetzt und Perspektiven tauscht. Vor allem Ys schätzen es, gibt man ihnen Raum. Für eigene Projekte, daheim und auch am Arbeitsplatz. So ist man frei und doch auch eingebunden. Und tatsächlich haben die Körpler ProgrammiererInnen im Homeoffice für ihren Job deutlich mehr Zeit gefunden. Beim Stichwort Talente und ihrer Entwicklung gab es von Elvira Schrittwieser schrittweise Vermittlung. Von einem Gefühl, auf das man lange schon gewartet. Sie weiß, ein Künstler ist nichts ohne Begabung, doch Begabung auch nichts ohne Arbeit. Elviras Rat, Talente gewinnen, identifizieren, fördern und schlussendlich binden. Dafür muss man Gestaltung in HR, Führung und Kultur sowie Technologie, Organisation und Controlling neu erfinden. Als nächstes kam der Hubertushof vor den digitalen Vorhang und schilderte vollends begeistert ihren Demografie-Beratungsvorgang. Sie sind Best Practice par excellence zwischen Tastenhandy und MS Teams. Hat die Betrieb nun eine neue Ausrichtung, mit der man höher fliegt? The curtain call went to John Jorn Fockens and his thoughts on collaborations and complementary talents among mixed generations. Throughout the years, ideas from wisdom, life lessons, experience and coaching to experiments, technology, innovation and change. The paradigm has clearly shifted. As long as companies acknowledge that employees will be gifted. Auf Bühne 4 begann Christine Egeler. Angie spilt some tea für eine erfolgreiche Wissensweitergabe, braucht's Mentorin und Mentee. Solange man nicht nur voneinander, sondern auch miteinander lernt, arbeitet man dem Fachkräftemangel entgegen durch wechselseitigen Transfer. Julia Schappelwein und Laura Romeo untersuchten die Rolle von älteren Beschäftigten. Da das Durchschnittsalter bekanntlich ganz schön wächst, mein Kind. Alterszentriertheit bringt viele Aufgaben mit sich und der Trend wird auch noch dauern. Zum Glück liegt Digitalisierung mit vielen neuen Medien auf der Lauer. Auch Bettina Taranetz und Thomas Fendt elaborierten dieses Thema. Bei Kosten und Übergabe verwies Taranetz auf das Ampelsystem, was wir in einem anderen Kontext zuletzt schon viel gesehen haben. Fendt erklärte im Intelligenzbereich den Unterschied zwischen Fluid und Kristallin. Sie ist nicht nur abhängig vom Alter, sondern auch kulturabhängig und am besten auf dem Team. Parkovis Österreich bildete den Abschluss und bot ihre Früchte der Beratung dar. Mit dem Firmenumzug nach Stockerau veränderte sich schließlich auch der Arbeitsplatz. Dort ist man froh, sich die Hilfe auch geholt zu haben. So viel positiver Einfluss war wohl kaum vorstellbar. Heute gibt es nicht nur Betreuung für die Kinder, auch die Tische sind verstellbar. Die Podiumsdiskussion gerade noch zu Wandel der Demografie klang auf Papier vielmehr schon wie ein Lied. ÖSB, ESF und BMA laden zum Gespräch WKÜ, ÖGB und AK. AK, die fantastischen drei. Ihr legt euch der Arbeitswelt zu Füßen und ihr steht dazu, denn ihr seht Beruf als mehr als nur einen Job. Und deshalb jedes demografische Projekt auf die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern pocht. Was reimt sich nun auf den Wandel der Demografie? Vielleicht handeln jetzt oder nie oder geht es auch weniger dramatisch? Hauptsache die Antwort ist innovativ mit einem neuen Anstrich für jeden Betrieb. Einem Miteinander, das die Belegschaft verdient. Man hält zusammen, dass jeder es sieht. Gegen Fachkräftemangel mit Strategie. Es geht voran durch Technologie und dem Ansatz der Soziologie. Sicher ist, die Demografieberatung war und ist ein Paradebeispiel dafür. Man wird, egal wie groß die Herausforderung aller Probleme, Frau und Herr, wenn man die Perspektive durch die Blickwinkel aller Beteiligten schärft. Danke für diese vier wertvollen Jahre in ganz Österreich, außer dem Burgenland und heute hier in Wien. Danke an Alexandra Weilhardner und ihr ganzes Team. Eine bessere Zusammenfassung von dieser Demografietagung 2021 hätten wir uns, glaube ich, wirklich nicht wünschen können. Ganz, ganz herzlichen Dank und Chapeau Jonas Scheiner. Vielen Dank und dieses Dankeschön möchte ich ganz gerne auch noch ausweiten und zwar an alle Speakerinnen und Speaker, alle Beteiligten dieser Veranstaltung und natürlich auch allen voran an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie sich auch so rege beteiligt haben. Mir bleibt jetzt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich darf Sie zum Abschluss auch noch darauf hinweisen, dass die Tagung selbstverständlich aufgezeichnet wurde. Also wenn Sie sich den einen oder anderen Teilinhalt noch anschauen möchten, auch im Nachgang, dann können Sie das tun. Alle Informationen diesbezüglich finden Sie auf der Website demografieberatung.at. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Restnachmittag, einen schönen Abend und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank.